Oh hey you! Are you gonna watch Crownies new video with me? Yes? That's amazing! Enjoy the video and leave a like! Peace guys! Yo, wunderschönen guten Wettbewerb an den Sprüchen Spritz, der Crownies hier am Start und jo! Heute machen wir eine Case Opening Challenge mit zwei Boys, beziehungsweise einem Boy und einem Girl und die sind... Ja, ich bin das Girl, Darkies World, hallo! Und ich bin das Boy, die Lexa! Ja, du bist das Boy! Wir machen heute zehn Operation Wildfire Cases auf und zwar jeder von uns und wir haben uns auch eine kleine Challenge überlegt und zwar... Der Verlierer muss singen, beziehungsweise die Dialexa muss ein Gedicht aufschreiben, schönes Gedicht machen über uns zwei und uns hochpreisen sollte sie verlieren. Und wir zwei müssen singen und auch die anderen zwei hochpreisen. Da wird auf jeden Fall eine peilige Nummer am Ende. Oh yes! Und ja, ich hoffe ich werde hier mal was Gutes ziehen. Wir haben das so gemacht, wir machen das nach Farben. Also zehn Blue-Items sind so viel wert wie ein Purple-Item, zehn Purple-Items so viel wie ein Red-Item und zehn Red-Items so viel wie ein Knife. Ja, also zehn Red wird hoffentlich keiner ziehen aus zehn Kisten, das wäre unverschämt. Seid ihr bereit? Ja. Komm, Darkie zählt die erste Kiste runter. Okay, warte erstmal. Öff, open. Seid ihr bei Use-Key? Ja. Ja. Okay, drei, zwei, eins, go! Oh, da ist schon was Rotes. Oh, oh, nein, das war auch schon mal geflückt. Eieieieiei. Ja, Pink. Äh, Purple. Gibt es für Stat-Track extra Punkte? Für Stat-Track soll es ein extra Punkt geben. Da bin ich jetzt nochmal dafür. Ja, Blue-Stat-Track sind immer so viel wie zweimal die Farbe. Also hast du jetzt, wenn du einmal Blue-Stat-Track gezogen hast, dann okay. Das heißt, ich führe schonmal wahrscheinlich, weil ich habe wahrscheinlich keinen Stat-Track. Oh, ich habe Blue. Was, du hast einen Purple? Echt? Ja. Ja. Oh. Gut vorgelegt auf jeden Fall. Okay. Okay, nächste Kiste wird angezählt. Drei. Seid ihr ready, Rob? Ja. Ja, ja, locker. Drei, zwei, eins, Spider-Man. Komm. Du willst mich auf jeden Fall. Komm, Gold, Gold. Scheiße. Ja! Ja! Was? Was ja? Was ja? Ich habe 22 Punkte schon. Was hast du? Äh, Mag-7 Prior-Todien. Äh, Stat-Track. Oh, Mann. Wow. Das war alles weiter. Scheiße, Alter. Okay, du zählst die nächste Kiste an. Der Boy muss anzählen. Achso. Der Boy. Drei, zwei, eins, go! Oh, Mann, Alter. Warum ist der Darkie so weit vorne? Ich muss schon mal wahrscheinlich nicht mehr... Ah, ein normaler Blue Skin. Ah, noch ein Purple zum Glück. Dead Red Blue. Noch ein Purple. Kann noch einen holen. Ich habe 23 Punkte. Ich bin bei 21 aktuell. Okay. Darkie ist wieder? Ja. So, ich muss wieder runterzählen. 3, 2, 1, go! Oh, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, Mann, ey! Das wird ein cool. Seil mal denn mit diesem Scheiß. Ich finde, wir beide sollten auch doppelt zählen, weil es ja zwei Pistolen sind. Ja! Achso! Okay, nächste Kiste in 3, 2, 1, go! Komm, bitte! Please, Gaben! Bitte, 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 bitte! Was hast du? Eben dahin's Dead Trick. Was? Das ist ein Pink? Echt? Oh, nein! Ich wusste, ich werde verlieren. Oh! Ja! Fuck! Ich wusste, ich werde verlieren. Ich glaube, das geht zwischen uns aus, Crony. Ich auch. Ich wusste, ich werde verlieren. Ich zähle! 3, 2, 1, go! Oh! Kacke, ich wusste es. Ich habe extra ein bisschen drüber gezogen, damit ich die Eulie-Tickets habe. Komm! Ach nein! Oh, Blue! Oh, wieder Blue! Ja, ich auch. Schade, schade! Mann, Mann, Mann! Jetzt haben wir ja dreifache Wahrscheinlichkeit für Nive eigentlich. Okay, Darkie ist wieder da. Okay, 3, 2, 1, go! Komm, 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 komm! Bitte, 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 bitte! Ah, der Pink geht vorbei, ey! Ah, Pörpel, nein! Komm, komm, gib mir den Static Blue! Ja! Ja, Pörpel immerhin. Nein! Oh! Ich habe so Angst halt, ne? Ich habe so Angst halt, ne? Okay, bereit? 3, 2, 1, go! Bitte, 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 bitte! Komm! Los! Komm! Irgendwas! Los! Stopp, stopp, stopp! Scheiße, wieder Blue, Mann! Ah, wieder Blue! Ich auch, Blue! Okay! Mein Herz ist gerade richtig am Flattern! Junge, das ist ja noch viel krasser als ohne so eine beschissene Challenge! Was haben wir noch? 3! 2! 2! 1! Go! Save Nice! Echt? Save Nice bei mir, sagst du? Ja! Ja! Was? Nein, ohne Spaß! Oh! Ich habe aber Nila! Ja, jetzt habe ich den Bison schon wieder, Alter! Ich kann gleich so einen Markt aufmachen, wo ich nur PPB-Bison-Photix-Sohn verkaufen können! Ah, fuck! Ich würde sagen, die letzte Kiste zählen wir alle 3 drunter, oder? Ja! Du fängst an mit der 3, ich 2, 1 und dann... Okay, okay, okay! 3! 2! 1! Los! Komm! 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 Ja! Ja! Nein, du hast rot! Nein! Darkie ist ein fucking Noob! Ich glaube, Darkie... Ich glaube, das wird die Nummer für den Darkie! Brody! Wollte ich dir was erzählen? Was? Wollte ich dir was erzählen? Was hast du gezogen? Glaubst du mir nicht? Was hast du gezogen? Glaubst du mir nicht? Was hast du gezogen? Guck in mein Inventar! Nein! Ich möchte es auch sehen! Was hat er gezogen? Er trollt uns hier! Guck in mein Inventar! Ey, wie? Ich habe verloren! Guck halt in mein Inventar! Ich glaube, ich habe verloren in dem Fall, wenn er... Was hat der? Sagt doch was! Er hat einen Blueskill gezogen! Geil! Lass mal kurz zusammenrechnen, ich habe hier 10, 20, 40, 50 und 56 Punkte! Warte! Ja, ich habe 57! Warte! Wie viel zählt nochmal ein blauer Skin? Ja, ich habe irgendwas mit 20 oder so! Ein was? Ein blauer Skin? Wie viel zählt? So, okay, okay! Moment! Ne, die eine ist der Standracker! Habe ich 30 oder so ungefähr! 4, 5... Ach, ich habe eh gewonnen! Ich kann nicht zählen! Ja, also wie gesagt, der Gewinner muss mitmachen! Was? Ich... Nein! Das war ja nicht so oft gemacht! Ja, Leute! Also bei mir seht ihr jetzt wieder die komische schwule Statistik und dann wart ihr auf jeden Fall schon bei diesem Video! Am Ende seht ihr natürlich jetzt noch... Ja, ne? Wisst ihr Bescheid! Die Plattformarie wird auf jeden Fall am Start sein! Und ja, haut da rein! Ciao! Genau! Genießt auf jeden Fall den wunderschönen Auftritt von Darkie und seiner engelsgleichen Stimme! Auf jeden Fall schmecken lassen! Die Boys sind auf jeden Fall alle unten drunter verlinkt! Wir sind alle untereinander verlinkt! Ja, checkt uns aus! Und ich sage mit Spider-Man, Schlusswort geht an den Boy in der Runde! Ja, sagst du jetzt was? Nein! Ich möchte nichts sagen! Ich schäme mich! Hä? Dann ist jetzt das Schlusswort, nein, ich möchte nichts sagen! Ich schäme mich! Tschüss! Der geht doch! Warte, ich mach nochmal, warte, ich mach nochmal! Nee, jetzt habe ich schon eine Aufnahme wertet! Ich habe meine Aufnahme noch, komm, mach! Okay! Tschüss! Jetzt geht der Love Song los, ich werde einfach so ungefähr viereinhalb Stunden freestylen und daraus schneide ich dann die besten 20 Sekunden raus, dann werdet ihr nicht sofort sterben, sondern eventuell qualvoll, wenn ihr Pech habt! Irgendwie ist es doof für euch, naja, Pech gehabt! Sitze hier in einem langweiligen Raum, wird kein Counter-Strike zocken mit D-Lexer und Crony! Die beiden carryn mich mal wieder auf DMG! Der Crony hatte Aim wie 007! Die D-Lexer, die wird jeder Typ gern kriegen, doch die beiden zocken nur mit mir! Ich wasch nur so drüber, überall lang, ich kassier' nen One-Click, was soll der Scheiß? Doch dann kommt Crony und D-Lexer, wie Bonnie und Clyde, but nothing ever happened! ZOcul! Crony und D-Lexer